Hallo, ich bin der Lukas. Hi, ich bin der Gianni. Ich lerne Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik für Formteile. Ich bin in meinem zweiten Ausbildungsjahr und arbeite bei Borscheidung wenig. Du brauchst technisches Verständnis, ein freundliches Auftreten, solltest räumlich denken können und auch mal ums Eck denken. Einfach für verschiedene Lösungsansätze und selbstverständlich solltest du natürlich auch im Team arbeiten können. Aufgrund eines großen Maschinenparks haben wir eigentlich keinen festen Arbeitsplatz. Von Tag zu Tag arbeiten wir an verschiedenen Maschinen, rüsten diese für die Produktion und richten immer alles Nötige her. Wenn du ein Einzelkämpfer bist, bist du bei uns leider an der falschen Adresse. Uns ist es wichtig, dass du ein Teammitglied bist und gut mit deinen Kollegen auskommst. Borscheidung wenig besitzt eine eigene Azubi-Maschine, einen Azubi-Raum und eine Lehrwerkstatt, wo du dich intensiv auf die Prüfungen vorbereiten kannst. Außerdem gibt es für die Azubis viele Ausflüge, zum Beispiel Besichtigungen anderer Firmen. Durch interne Versetzung erhält jeder Azubi die Möglichkeit, sich einen Einblick in andere Abteilungen zu verschaffen. Bei Borscheidung wenig gibt es gute Aufstiegsmöglichkeiten und du wirst unbefristet übernommen. Also bewerb du dich für eine Ausbildungsstelle bei uns.